Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 1. So, dieser Sessel hat auch schon bessere Zeiten gesehen, das ist schön für den Sessel. Die Überrichtsreste von Garry, ich glaube, die hatten wir ja schon geplündert. Wir haben jetzt unsere Kapazität ein wenig überschritten. Das ist, glaube ich, das, was wir insgesamt mit uns tragen. 109, die Reihe ist sie. Stimmt, wir hatten noch ein Level-Up. Können wir das nochmal hochhacken? Ne, das haben wir schon. Intuition. Mehr Bewegung. Mh, 80. Ranger. Hm. Ähm. Für welch war ein... Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Redige Wand. Scharfschütze. Das sieht schon mal interessant aus. Ähm. Woa. Zwei Fähigkeitspunkte. Okay, dann machen wir den vielleicht auch noch. So, gebildet. Ein heller Kopf haben wir. Dann skillen wir mal die Waffen hier komplett hoch. Uh. 100%. Kann ich noch weitergehen? Ich kann tatsächlich noch weitergehen. Interessant. Den 100% wäre doch mal was für den Anfang. Ähm. Den Rest würde ich, glaube ich, dann erstmal in Reden reinpacken. Oder, na gut, öffnen vielleicht mal noch. Schlösser knacken ist hier auch nicht verkehrt. Obwohl, das kann man vielleicht beim nächsten Mal machen. Ne, komm, wir packen das jetzt erstmal hier. Noch rein. So, dann bringen wir dich mal auf 50. So. Schön. Aber hier bin ich mal gespannt. Vielleicht, ähm. Allgemein, das ist schon mal gut soweit. Wie gesagt, ich wollte ja nachgucken. Drakka zählt jetzt nur 150 insgesamt. Okay, das heißt, wir haben jetzt quasi noch 10 übrig. Oder 11. Aktionspunkte. Die möchte ich gerne erhöhen. Hm. 13% Chance auf kritische Treffer. Ich weiß auch nicht, wie lange die Sachen hier liegen bleiben. Ähm. Ich sollte auch vielleicht nochmal speichern. So. Hab ja gesehen, ich hatte beim letzten Mal jeweils ein Level zurückgelegen. Oder ein paar zurückgelegen beim Speichern. Aber das macht ja hier nichts aus. Ähm. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Dort ist jemand gefangen, wie mir scheint. Ein Gefangenen? Können wir die Tür öffnen? Du kannst nicht hin. Okay. Was haben wir hier? Da können wir rein. Hallo, Tür. Ach, und da hätten wir auch von unten. Also können wir doch wohl irgendwie da unten rein. Okay, gucken wir uns später mal an. Ähm. Die Tür ist verschlossen. Ähm. Versuchen wir das doch mal. Mensch, ich hätte doch... Ich hab doch öffnen gesteigert. Frisch. Hm. Na komm. Öffnen. Cool. Wir haben es geschafft. Ich glaube, die Anzeige backt gerade ein wenig rum. Eine alte Matratze. Ähm... Bringen wir das hier drin irgendwas? Nö. Scheint mir nicht so. Können wir jetzt hier mal nochmal rein? Ne. Da können wir auch nichts tun mit der Tür. Na gut, dann schauen wir uns mal... Die Wasserpumpf funktioniert nicht. Schauen wir uns die doch mal an. Hm, du siehst einen Wassertank. Werkzeug? Tisch. Wo war denn das mit dem Werkzeug? Metallfässer. Können wir das... Ja, versuchen wir es mal mit Reparieren. Du schaffst es nicht, die Wasserpumme zu reparieren. Ja gut, das ist ja auch... War jetzt... Nicht so verwunderlich. Wo war denn dieses Werkzeug? Hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, eher weniger. Aber gut, die Mutanten sind weg. Das heißt, wir können jetzt schon mal Bescheid sagen. Nö, hier dürfte wirklich nichts mehr sein. Gut, gut. Ich kann mich ja dann auch hier nochmal ein bisschen umschauen. So, relativ erfolgreich, denke ich mal. Was haben wir hier? Noch ein Ghoul. Wenn das kein besonderer Ghoul ist, glaube ich, will ich da auch gar nicht großartig mitreden. Ach, wo kommst du denn her? Ein Mitglied der Children of the Cathedral. Interessant. Vielleicht kommen wir da auch nur irgendwie über die Kanalisation... Obwohl, nee, das scheint mir nach einem Eingang auszusehen dort. Oder ist das einfach nur ein Fenster? Nee, das ist kein Fenster. Und dann? Hi. Wir haben leider keine Zeit. Der Ort ist gefährlich. Okay. Du auch. Wir haben doch hier schon ordentlich aufgeräumt. Die Mutanten sind ja tot. Haben wir dem Regal noch was? Von Interesse? Nein. Leider nicht. So, und hier geht es dann wieder genau ins Ödland. So, da haben wir jetzt ja Hotel, Halle, Wasserstelle. Gehen wir mal zum Hotel. Und dann können wir ja mal Bescheid sagen. Wo war denn hier der Chef nochmal, dass wir die Mutanten erledigt haben? Vielleicht kommt das ja ganz gut an. Das war ein normaler Ghoul. Ghoul. Ghoul, Ghoul. War der nicht hier drin? Da glaube ich, oder? Ja, der Anführer. Hi. Mit dir rede ich. Ah, Mann. Ich habe doch die Mutanten zerlegt. Hm. Na gut, dann gehen wir halt nochmal in die Kanalisation. Ich gucke mal, ob wir da irgendwo mehr oder weniger Gefahren frei hin können. Oder irgendwo runter können. Wie gesagt, ich möchte ungern gegen euch kämpfen. Weniger, weil ich, äh, weil es schwierig ist, sondern weil ich mir einfach die Munition sparen will. Ja, komm, ich gucke mal, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Ah, das, 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 das. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Da unten. Na, komm. Gehen wir halt direkt über die Kanalisation wieder zurück. Sollte jetzt auch kein allzu großes Leben sein. Obwohl, wir müssen, glaube ich, oder? Müssen wir nochmal hoch? Ach, die ganzen Ratten. Hm. Eigentlich wird das schade um die Munition. Kann ich, ich probiere es einfach mit dem Messer. Obwohl, das dauert wahrscheinlich ewig, oder? Wir haben auch halt natürlich keine guten Werte. Äh. Ne, das dauert mir einfach zu lang. Wir haben ja noch ein paar... ...ein bisschen was an Muni. ...ein bisschen was an Muni. Hm. So. Wo ging es denn hier nochmal raus? Hm. Hier wäre noch was. Da geht es, glaube ich, noch weiter runter, wie mir scheint. Kann ich da hin, da kann ich nicht hin. Hier geht es, glaube ich, weiter. Kann das sein? So. Kannst du mal weg. Dann darf die nächste Ratte ja nochmal antanzen. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Hat sie sich mal entschieden. Gut. Hm. Quietsch. Beenden wir das Ganze mal. Okay. Ach ja genau, hier ist noch eine Leiter. Gucken, wo wir da dann rauskommen. Aber das Gefühl, das war gar keine so gute Idee. So, ab nach draußen, bitte. Na komm. Benutze mal diese Leiter. Ah, jetzt sind wir wieder hier mit den Children. Na gut. Dann nochmal. Gehen wir mal hier zur Halle. Wo uns die nächstbeste... Kanalisation... Was ist das eigentlich da oben? Ein Tor. Scheint da irgendwas eingesperrt zu haben. Interessant. So, wo haben wir denn hier einen Deckel... ...einen Deckel eines Guli. Hier schon mal nicht wirklich. Wir müssen doch irgendwie hier auch einen Zugang zur Kanalisation haben. Wir sind ja auch hier, glaube ich, irgendwo rausgekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist einfach nur ein Matsch. Vielleicht sollte ich mir das da drin aber mal anschauen, oder? Das ist halt voll, wie ich da reinkomme. Darüber vielleicht? So. Eingangstür, wo bist du? Ach, das ist der Leuchtende. Stimmt, stimmt. Ähm, können wir denn mit Seth irgendwie reden? Ist das Seth? Seth. Garrett? Seth, okay. Ähm, müssen wir halt gucken, wie wir da reinkommen. Hier ist der Leuchtende. Da wäre noch eine Tür. Stimmt, ich glaube, da war irgendwo der Zugang. Ich überlege gerade mal. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn wir ja unbewaffnet rumlaufen, dass die Gule uns nicht... Also vielleicht greifen die an, weil wir bewaffnet sind. Wäre jetzt mal so eine Überlegung von mir. Gulewache? Verschwinden, du bist hier nicht willkommen. Ähm, ich muss da rein. Kannst du mir irgendwie helfen? Ich habe dir auch gesagt, dass du das verschwinden. Wir mögen hier keinen Typ wie dich. Okay. 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 Ich würde aber gerne mit dem Herrn Seth reden. So, verstrahlte Wesen. Seth. Ich bin Seth. Warum muss ich deinen Anblick ertragen? Ich will den Boss sprechen. Bist du das? Ich sag, wo es lang geht. Wenn es das war, verzieh dich jetzt. Gut. Ich bin hier, um das Kopfgeld für ein paar Mutanten abzukassieren. Machbar. Folge Garrett zu deiner Belohnung. Und dann geh einen anderen Weg. Okay. So, du gehst die Belohnung holen. Das ist nett. Geht das auch etwas schneller? Es scheint irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie jeder, der mehr oder weniger meint, der wäre ja ein Anführer. Folgen wir dir mal unauffällig. Aber wahrscheinlich da, was ist das da? Ein Dresorenkühlschrank. Mhm. Mhm. Okay. Garrett ignoriert mich. Nein. Hier ist meine Belohnung. Ähm, wie viel waren das? Leuchtraketen, 50 Dollar. Cola. Das war ehrlich gesagt gar nicht mal so viel. Muss ich ja mal zugeben. Sonst noch was? Hm, ich speichere mal. Wieder. So, wie sieht's aus? Jetzt ist schlecht. Geh. Hm, du bist mir einige Informationen schuldig. Schau. Schnell. Was? Ja, wie zum Teufel kannst du dieses Scheiß als Belohnung bezeichnen. Mir langt's. Verzieh dich. Okay. Dann laden wir das nochmal. Jetzt ist schlecht. Mir langt's. Was? Wie, das hat doch vorhin funktioniert. Jetzt ist schlecht. Ähm, ja, du bist mir einige Informationen schuldig. Schau. Schnell. Was? Ähm, warum soll ich die Mutanten für dich töten? Warum tun das nicht deine Ghouls? Ein Ghoul? Für Kinderspiele? Hau ab! Hm. Leibwache hat nichts zu tun. Garret? Du sollst mit Seth reden. Ja, Seth will aber nicht so viel reden. Na gut, dann machen wir die nächste Runde mal weiter. Oder in der nächsten Folge mal weiter. Ähm, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Auch da. Ja, danke. Vielen Dank.